So, Rewats, Rewats. Hä, warum ist das so am rumspackern? Okay, aber ich muss dann die Accounts wechseln. Ich hoffe, wir sind dann überspart. Erstmal mein Hauptaccount. Da habe ich aber schon ein Rewat geöffnet. Das waren zwei Banner und ich glaube, da sollte ein Rewat sein. Mann, ich sehe nix, mann. Ah hier, ah hier, ah hier bist du. Oh, Rewat bitte, Rewat. Ich will ein Rewat haben. Was in Italien-Trikoren bist du? Ekelhaft. Junge, das habe ich so für 10 Euro gekriegt. Und wo seid ihr bei der WM? Haha, ja. Ich habe es mir einfach geholt, weil es halt so günstig war. Oder ich weiß noch nicht, vielleicht nicht mal 10 Euro. Damals mal. Ein Schnäppchen-Nägger. Chill mal, ich habe mal Werbung. Och nein. Oder ich kann jetzt starten, aber wahrscheinlich ist auf dem Account kein Rewat. Kein Rewat. Komm jetzt. Nehme ich auf, nehme ich auf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Okay, Spaß. Ich habe noch nie ein Rewat-Opening gemacht, aber ich glaube, das ist... Ich finde, Rewat öffnen macht mir mehr Spaß als Kisten öffnen, weil ich bei Rewat erstens nichts verliere und zweitens mehr Glück habe. Moin Timi, moin Ikri. Wir öffnen jetzt, ich öffne jetzt einen Knopf und ich kriege painted Leder. Nein, warte, ich habe noch 13 Sekunden Werbung, Alter. Okay, muss jetzt ins Training. Viel Spaß dabei, viel Spaß dabei. Lugia. Schön, dass du da bist. Nuss da. Öffnen gleich, sobald Max da seine Werbung becutt. Werbung von Mortal Kombat 11. Ah. Oder ich will Rewats. Ich hoffe, ich kriege was Gutes. So, let's go hier. Schmeiß an, Alter. Let's go, der Hase, sagst du? Oh, nichts. Oh, das war jetzt ein bisschen... Das war doof. Kam der Italiener wieder mit dir durch. Ich habe ein bisschen abgenommen und jetzt passt mir das Trikot halt wieder. Also ich habe das dann anprobiert und das passt mir jetzt wieder. Deswegen habe ich das halt an so, weil, weiß ich nicht, finde ich besser als jetzt in so einem Stoffteil oder so. Ich hätte da auch einen Tanktop liegen, aber das ist ein bisschen kalt. Warum kein Züge im Trikot? Weil es das nicht im Angebot gab. Ich habe, glaube ich, auch noch... Ich weiß nicht von welchen Landschaften. Ich kenne die gar nicht. Kein Plan. Die sahen cool aus. Habe ich mir geholt. Die waren relativ günstig so. PC-Spiele. Dankeschön für den Follow. Ich hoffe, da kommen jetzt gute Rewards. Das tut mir leid. Aber ich habe die nicht geöffnet. Und jetzt ist es Zeit. 4D Chessmaster. Oh, ein Titel. Das ist ein Titel, ne? Aber das Ding ist, bei den Titeln, man kann die nicht traden. Oh. Crown, die sammle ich. Geil. Ballist. Oh, schade, nicht im Painted. Ach du Scheiße. Octane LCS Painted? Bruder. Was ist denn das? Lul. Orange. Okay, Orange. Octane LCS in Orange. Und Krone in Sky Blue. Geil. Junge, das war direkt riesen Erfolg. Wie viel kostet der LCS in Orange? Der ist doch bestimmt ein bisschen was wert. Und die Krone gehen ganz gut weg. Also die behalte ich aber. Nice, Mann. Komm, jetzt. Jetzt ist der nächste Akon. Moin, da ist Dayso, hi. Bekommt man sowas nur, wenn man... Nein, nein. Ich war ja kein... Ich bin ja weit weg von Grandchamp. Sowas bekommst du, wenn du Streams auf Twitch guckst. Also die Rocket League offiziellen Streams. Die sind am Wochenende immer. Und deinen Account mit Dingens verlinkt hast. Ich hab da auf meinem Kanal ein Video zu. Ich weiß gar nicht. Die neuen Rewards heißt das einfach. Ich glaub die neuen Rewards. Und da musst du einfach mal reinschauen. Da hab ich das unten verlinkt. Mit Rewards. Rewards. Wieso bekommst du so viele Rewards? Ich hab mehrere Accounts. Und ich hab natürlich... Also das ist jetzt nicht von einem Stream, sondern das ist das ganze Wochenende. Also das sind jetzt insgesamt gestern 5 Stunden, vorgestern 5 Stunden und dann davor nochmal 6 Stunden. Das heißt, das sind jetzt 16 Stunden pro Account gesammelt, ne? Krone. Okay, normal. Kronenpainted. Geil. Nice. Gib mir die Krone, Alter. Oder nein, ich sammel die. Ich sammel die. Okay? Welche Farbe Krone? Leim. Geil. Hab ich, glaub ich, noch nicht. Nicht schlecht. Oder? Habe ich Leim? Vielleicht schon. Aber den täusche ich dir einfach für eine andere Farbe. Safron oder so. Nice. Zwei Kronen. Und Jennys Account hab ich halt nur gestern geguckt. Also... Und auch nicht, glaub ich, komplett. Sondern nur kurz. Und Octane Aufkleber direkt schon. Wär natürlich in Weiß kranker gewesen. Aber naja, Orange. Nehm ich auch. Hab ich noch nicht. Behalte ich dann einfach. Oder wie viel gehen die LCS Aufkleber gerade? Von Octane. Das sind schon... Schon mal nicht schlecht. Die ist eigentlich... Egal welche Farbe du hast. Das ist vieles wert. Ja, die ist gut, ne? Ja. Guck mal. Octane LCS. Ja, ist für vier Keys drin, ne? Aber vier Keys gratis halt so. Das ist... Kann man nichts gegen sagen. Wir müssen vier Keys haben oder vier Keys nicht haben. Desenium normal? Desenium noch mein normal. Krone in Painted. Bruder. Und Cobalt. Geil, hab ich noch nicht. Zweimal Desenium normal. Ne? Das hätte ruhig... Ich hab die Desenium, glaub ich, vorher schon in normal bekommen. Ich hab jetzt drei Deseniums in normal. Und ich glaube, vier von den anderen Rädern in normal bekommen. Alles nicht in Painted. Wenn du jetzt so weitermachst, hast du irgendwann das Kronensetter. Ja, Mann. Ich sag's doch immer. Die Sachen, die ich gerne will. Das sind jetzt gerade die Kronen. Die krieg ich halt echt immer fast in allen guten Farben. Also es sind nur die neuen Rewards vorgestellt, aber da ist unten ein Link. Da musst du dann in den Kommentar schauen. Ich will... Ich... Schau... Also ne... Ich könnte jetzt einen Link raussuchen, aber das dauert ein bisschen. Weil da muss man immer aufpassen. Da sind viele Scammer unterwegs. Gibt viele Fake-Seiten und so. Da muss man aufpassen. Wie lange muss man denn zum Gucken, um Drops zu bekommen? Es gibt keine bestimmte Anzahl. Das kann manchmal sein, nach zwei Minuten. Manchmal kann es sein, dass du noch zehn Stunden nichts bekommst. Okay, den habe ich schon ein paar Mal. Das ist ein älterer Banner. Fusion Certified. Habe ich noch nicht, glaube ich. Octane LCS. Oh, wäre der jetzt in Painted gewesen. Noch mal in normal. Nein. Okay, okay. Zweimal normal bekommen den Octane LCS. Das ist schon schade. Hier sind, glaube ich, meine ganzen... Ähm, irgendwas ist reingekommen. Oh. Ich denke, ihr habt noch mal abonniert. Hä lol. Hä? Wie hast du denn abonniert? Ich dachte, ihr habt das storniert. Dankeschön. Geil. Einfach nächstes Sub. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei 14 oder so. Ähm, ja, wie soll ich da hinkommen? Ich glaube, das waren jetzt nur... Habe ich hier noch irgendwas anderes? Ich glaube, das sind nur Pass-Items. Fusion. Nice. Markiere ich mal. Octane LCS. Ja, keine Ahnung, ne? Ist halt normal. Aber Octane LCS sind eigentlich immer ganz gut. Die gehen immer ganz gut weg. Aber müsst natürlich nicht, ne? Müsst natürlich nicht. Ähm, Crazy Apfel. Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ähm, warum lädt das so lange? Schütze es ab? Nee, ne? Peace. Ich glaube, man... Okay, nein. Okay. Einfach nur ein bisschen Geduld. Aber das ist gut. Das lädt lange. Das heißt, da ist jetzt ein weißes Aufkleber hinter. Ja, genau. Blastray. Okay. Oh, wieder Emerald in Normal. Schade, Mann. Die würde ich gerne so... Also, die würde ich so gerne in Painted haben. Ballistic in Normal. Damaged. Fusion in Painted. Geil. Okay, das waren jetzt wieder fünf Sachen, ne? Ich freue mich schon auf Double Painted. Bei Double Painted, da werde ich immer reich. Bei sowas. Fusion Burned Sienna. Ich bin, was Painted angeht, Burned Sienna. Ich kriege immer Burned Sienna. Und Blastray in Pink. Ich kriege immer Burned Sienna. Das ist halt so geil. Das ist übrigens mein normaler Account, ne? Hier sind die ganzen... Hier sind, glaube ich, die Sets komplett drauf. Und alles limitiert. Achtet mal. Ich habe da einfach so... Nein, Painted, Quality. Ich habe da so 800 limitierte Items drauf, ey. Und dann, das war es dann noch nicht. Ich habe ja noch einen extra Account für die Scheißteile hier. Na, aber das kann dann sein, dass ich um 20 Uhr nicht da bin. Also, dass du dir das dann beim nächsten Mal irgendwann abholen musst. Also, dass das dann heute nicht mehr klappt. So, wir zocken bis 19 Uhr. Ausrufezeichen Giveaway schreiben. Wir müssen Ausrufezeichen Giveaway. Und hier also das. Und dann davor Ausrufezeichen. Giveaway richtig schreiben. Das ist wichtig. Letzter Account, aber... Wird nix. Aber wir haben viele Kronen bekommen. Und die Kronen sammle ich halt. Die finde ich cool. Und die brauche ich mir nicht kaufen. Die gehen im Moment für Preise weg. Die sind einfach... Ne, fünf Keys pro Ding und für so eine Krone. Ja. Okay, okay. Ah, okay. Das sind Items, die ich selber rübergetragen habe. Eh, eSports. Schade, haben wir schon. Ah, der andere Banner ist auch nicht wirklich schön. Okay. Das ist cool. Ein Titel auf Jennys Account. Das ist ganz cool. Also ich meine, kann ich nicht rüber traden. Das ist das Problem, aber... Den Titel hätte ich gerne auf meinem Hauptaccount. Ist halt voll kacke, dass man das nicht rüber traden kann. Ja, ne, das war's. Also die beiden Sachen bekommen. Okay. Naja, lass ich hier. Okay, das war's dann mit dem Reward-Opening. Ich mach das jetzt, glaube ich... Ne, nächste Woche sind keine LCS-Dinges mehr, ne? Ist nicht mehr. Du hast dann Playoffs, glaube ich. Playoffs? Also doch. Ich glaube. Wenn nächste Woche genauso läuft, mach ich das nächste Woche Montag wieder, dass ich den Stream mache und die Sachen öffne und das dann aufnehme und dann hochlade. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich finde das besser als Kisten öffnen. Weil bei Kisten muss man immer voll viel Kies kaufen, Geld zahlen und das ist for free. Ne, das ist... Das finde ich besser. Das macht mir auch mehr Spaß. Weil da hat man nichts zu verlieren. Ja, dann mach ich das nächste Woche genau wieder. Wenn ihr da Bock drauf habt.